So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Maxout Monday. Ihr wisst was das heißt, wir wollen wieder einen Titel Pokémon Maxen, von mir selber bestimmt, und 5 Vorschläge aus der Community. Außerdem habe ich noch 2 Gäste hier sitzen, das ist der Hannes und die Shinaya, da kann ich ja mal kurz hier so rumdrehen. Vielleicht seht ihr da hinten irgendwo 2 Gestalten, das ist die Shinaya, das ist der Hannes und alle sind am Winken und Machen und Tun. So, die warten jetzt ganz gespannt, wir haben nämlich 12.30 Uhr schon wieder einen Raid angesetzt, wollen den dann auch machen. Aber jetzt hier zum Maxout Monday, ihr kennt ja das Prinzip, wenn ich ein Pokémon in 100% habe und genügend XL Bonbons, dann ziehen wir das auf Level 50 hoch. Und ihr sollt immer Vorschläge machen, welches Pokémon ich mal Maxen soll oder was euer Lieblings Pokémon ist, dann gucke ich, ob ich das habe oder schon gepusht habe. Ich habe mir heute ausgedacht, das wurde nämlich schon so oft vorgeschlagen vom Lennart, der Lennart immer so, Ramses, mach mal Farb-Igel, Farb-Igel. Und ich habe die ganze Zeit gezeigt, ich habe zwar ein 100er, aber ich hatte nicht genügend XL-Bonbons. Jetzt ist es soweit, wir geben mal 4 Sternchen ein, 4 Sternchen und Farb-Igel. Dann seht ihr hier einen Farb-Igel, 100%. 431 WP. Hat sogar schon Best-Body-Badge, also das Abzeichen hier war auch wichtig, dass man den zum Best-Body macht, mit dem er auch ab und zu mal läuft, dass er eben seine Bonbons zusammen kriegt. Den wollen wir jetzt erstmal Maxen. Gehen einmal hier rüber. Er kommt auf 487 WP. Er hat 56 WP noch dazu bekommen, das ist eigentlich so gut wie nix. Würde, wenn es mal wieder einen Mini-Cup gäbe, wo es bis 500 WP geht, wahrscheinlich einsetzbar sein. Ist Typ normal und hat bei mir jetzt gerade ja Pixar- und Säuselstimme. Hat also sogar eine Feenattacke. Bei Farb-Igel kommt es ja immer darauf an, welches Pokémon ihr fotografiert habt. Wenn dann ein Farb-Igel auftaucht, hat das das Moveset von den Pokémon, was ihr fotografiert habt. Und ich weiß nicht, was das war, Pixar-Säuselstimme. War bestimmt was total Tolles auf jeden Fall. Wir machen jetzt hier mal den Tag dran und gehen dann gleich rüber auf die Zuschauerwünsche. Was hat denn Flug- und Fee-Attacken mit Pixar-Säuselstimme? Was gibt es, was ein Fleck-Noil, ein Baumwoll, ein was weiß ich. Da ist doch irgendwas davon, ist doch bestimmt Flug- und Fee. Das fliegt aber nicht. Okay, die Schwede. Gut, solange die Jungs und Mädels noch rätseln, gehen wir mal rüber auf die Zuschauerwünsche. Wir haben 31 Kommentare bekommen, gehen auf Neueste zuerst, fahren nach unten, schauen hier mal durch. Janis Pokémon schreibt, Hi, meine Vorschläge sind Smetbo-Luturzel-Weiterentwicklungen. Smetbo haben wir schon auf Level 50 mit 2065. Luturzel-Weiterentwicklungen ist dann also hier... Steht wieder nicht dran. Wie heißt der Kabalores? Luturzel-Lombrero-Kabalores müsste das, glaube ich, sein. Ist auch auf Level 50 schon. Ist also auch schon gemaxed. Leider also nix. Hier haben wir Alexander Ahringer. Hey, ein Absol auf Level 50 maxen. Hm. Absol. Absol. Soll habe ich ja eigentlich eins auf Level 50, was ich immer zu Mega-Pokémon entwickle. Jetzt haben wir mittlerweile aber auch noch dieses. Und dann sehe ich das jetzt auch schon gemaxed, aber ich habe es gar nicht dran geschrieben. Stimmt. Das habe ich in dem Gewinnspiel-Video, habe ich das doch gemaxed, einfach nebenbei. Also auch kein Vorschlag, aber das ist cool. Jetzt haben wir nämlich ein normales. Und wir haben eins mit Sonnenbrille, was wir auch entwickeln können. Zur Mega-Entwicklung zumindest. So dass wir das auch irgendwann auf Mega-Level 3 pushen. Ich packe hier auch die 50 hin. Ich mache jetzt hier einfach mal die Mega-Entwicklung, dass ihr noch mal seht, wie viel das hat. Wenn das komplett auf Level 50 und Mega-Entwicklung hochgezogen ist. Verliert jetzt leider seine Brille. Ja, Togekiss ist ein Flugfee. Komm mal ein Togekiss. Ist ein Flugfee-Pokémon. Togekiss, Piksa-Säusel-Stimme. Kann solcher sein, aber wie es kann. Vielleicht Togekiss. Ja, Togekiss ist auch ein Flugfee-Pokémon. Aber es ist auf jeden Fall sehr mysteriös, was hier abgeht. Jetzt haben wir das auch gemacht. Jetzt haben wir hier Pablo. Also nicht der Pablo, sondern der Pablo. Meine Vorschläge fürs nächste Mal sind, Kaba Loris, haben wir ja gerade schon gesehen. Grammchef, Ordoch und Frigometri. Grammchef, Grammchef haben wir schon auf 50. Frigometrie, haben wir auf 50. Was war das andere? Müssen wir nochmal nachgucken. Oh, doch. Oh, doch. Haben wir nicht auf 50. Können wir aber auf 50 machen. Kriegt auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Hat auch schon die Best-Body-Batch, also die Schleife dran. So ist er auch hier auf 1902 gemaxed und kriegt auch noch diesen Tag. So. Das ist der zweite Max. Jetzt fehlen noch vier. Wir haben Jochen. Jochen sagt, Noctu, Xatu, Makago. Noctu, Xado. Die sind doch bestimmt schon beide. Noctu, Noctu, Noctu. Noctu ist gemaxed. Und Xatu ist gemaxed. Das dritte habe ich wieder vergessen. Lass mal nochmal reingucken. Makargo. Haben wir nicht mal ein Makargo gemaxed und gesagt, wir nennen es dann einfach Mark-Go? Mark-Kargo. Ja, das heißt auch Mark. Mark-Mark. Mark-Kargo. Mark-Kargo. Ist aber auf jeden Fall auch gemaxed. Passt also auch nicht. Jochen, zwei Vögel und eine Schnecke. Okay. Miku, mein Vorschlag, weiterhin Skalük. Also seine Entwicklung. Das ist genial, weil wir haben letztens erst ein 100% Skalük gebrütet. Da habe ich bis jetzt noch nichts mit gemacht. Das können wir also hochziehen genügend. XL-Bombom sind auf jeden Fall da. Wir entwickeln also einmal Skalük zu... Wie heißt's? Griffeldis. Griffeldis. Das bräuchte ich aber trotzdem noch einmal für die 100er-Familie. Eigentlich Baby-Pokémon würde ich so lassen. Aber da wir die ja eh maxen müssen jetzt, weil ihr es vorgeschlagen habt und wir ja nur weiterentwicklungen maxen, musste ich es jetzt entwickeln. Wir haben also einen Griffeldis mit Luftschnitt Schmarotzer. Pushen das auch auf 50 und es kommt genau auf 2417. Vielleicht kann das ja sogar was in der Hyperliga. Ich glaube in der Superliga wurde das bisher genutzt und in der Hyperliga vielleicht auf Level 50 mit 100%. Warum nicht? Was hat denn das? Das hat gar nichts. Da steht nicht mal 100% dran. Haben wir auch vergessen. Jetzt steht es auf jeden Fall dran. Das ist also eigentlich ein richtig genialer Max-Out. Das hätte das Titel-Pokémon sein müssen. 100% Griffeldis, weil das könnt ihr nicht irgendwo mit einer Map oder so finden oder mit irgendeinem Bot. Das müsst ihr wirklich dann brüten und ihr müsst Glück haben. Das kannst du nicht gezielt machen. Kam deswegen aus dem 12-Kilometer-Ei. Drei Vorschläge sind immer noch übrig. Kaipötzsch. Tauros, Somnivora, Kabutops wären meine Vorschläge. Tauros, Somnivora, Tauros, weiß ich jetzt schon, habe ich nicht genügend XL. Habe ich gerade mal 62, XL wird nix. Som, Somnivora, haben wir genügend, können wir also maxen auf 3079. Kriegt 550 dazu und da ist auch egal was der andere Vorschlag war, weil er hat ja einen, der gepasst hat. Also gehen wir zu dem nächsten Somnivora, 3079, noch zwei. Antonio Neves sagt, wie wäre es mit Zarude? Zarude habe ich keinen 100er und Zarude habe ich keine XL. Ich sammle die ganze Zeit XL, immer wenn ich so 2000 Sonderbonbons habe, versuche ich die umzuwandeln in XL. Und würde das Einzige, was ich gerade habe, pushen. Vielleicht gibt es bis dahin irgendwann das Shiny oder ein zweites Zarude, bis ich die XL zusammen habe. Aber passt leider nicht. Nils Döring sagt, Rai Quarza wäre cool. Eine Mischung aus Rai Quarza und einem Harzer Käse. Rai Quarza. Wir haben eins auf Level 50 in 100% und wir haben dieses. Das könnte ich jetzt nicht hochziehen, weil ich nur 11 habe, aber wir haben ja eh schon eins oben. Aber wenn Rai Quarza irgendwann nochmal zurückkommt und nicht so nach Käse riecht, dann können wir da auch noch ein paar Rates machen und vielleicht das zweite 100er auch hochziehen. So, Gidika Stereo. Oh, das war was anderes. Dann hier der Tod 90. Hey, mein Vorschlag ist Mew. Selbe wie Zarude, ich habe keinen 100er und nicht genügend XL. V Reigns. Wie beim letzten Mal wäre mein Vorschlag Palim Palim oder ein Regi. Irgendein Regi. Wir gucken mal nach Palim Palim. Und haben nicht genügend XL. Und wenn wir auf Regi gehen, dann seht ihr die 100%igen. Wir haben 100% Regi Gigas, aber haben wir schon gepusht. Für ein zweites haben wir keine XL. Wir haben 100% Regirock, ist schon gepusht. Wir haben zwar 100% Regi Soft, aber das reicht nicht, um es zu pushen. Das muss erst nochmal in die Rates zurückkommen. Geht also leider auch nicht. Wir gucken weiter. Benjamin Engel. Dann schlage ich nochmal Monagoras vor fürs Maxen. Heute ging echt schnell. Monagoras müsste eigentlich dieser Dino sein, oder? Den haben wir schon, als Monagoras rauskam, glaube ich, gemäxt. Auf Level 50. 100% Monagoras. So sieht es der Benjamin auch mal, dass der hier da ist auf 3500. Dann haben wir Madu 87. Frostetje Lucario Labras. Lucario habe ich kein 100er. Labras habe ich ein 100er. Sogar ein 100er mit Schleife ganz zufällig bekommen aus einer Feldforschung. Aber ich habe nicht genügend XL Bonbons. Das letzte war Frostetje, glaube ich. Guckt mal hier mal rein. Frostetje ist schon auf 50. Also weiter zu Abins Tierheim. Meine Vorschläge Galapaflos oder Lucario. Lucario haben wir euch ja gerade gezeigt. Oder beziehungsweise nicht gezeigt, weil wir haben ja keinen 100er da. Galapaflos. Haben wir 1. Aber keine XL. Also geht auch nicht. Wunderbar. Gehen wir hier oben mal. Lucy Picker. Danke dir vielmals für Kumpel 5. Joa, Nick. So ein Mist. Wieder nicht drin. Also bleiben Toxikak, Porygon Z oder Branawarz die Vorschläge. Mensch, Nick. Ich glaube, du hast Glück, weil wir sind gleich wahrscheinlich durch mit den Kommentaren. Toxikak, Porygon Z, Branawarz. Branawarz. Habe ich. Joa, 1. Aber. Keine XL. Obwohl, wenn wir welche umwandeln, wie viel haben wir denn? Ne, passt nicht. Oder? Doch, würde passen. Aber. Würde passen, aber passt nicht. Wir gucken erstmal kurz auf die anderen. Was waren die anderen? Porygon, Porygon Z. Ich glaube, Porygon hat noch nie jemand angerührt. Das würde doch bestimmt passen. Porygon Z. Ah, ist schon auf 50. Und dann fehlt nämlich noch Toxikak. Toxie. Toxikak, Toxikak. Wieso habe ich das nicht gleich nach WP sortiert? Ist doch viel übersichtlicher. Wir haben hier dieses. Das ist auf Level 50 genau. Und dann haben wir das. Das haben wir ja auch in dem Gewinnspielvideo schon gemacht. Auch auf Level 50 ist also drin. Ja, und weil es wahrscheinlich möglich ist, müsste ich doch Pranawarz machen. Ansonsten sind nämlich fast alle durch. Also gucken wir mal, Pranawarz, ob das mit den Bonbons reicht. Weil wenn es möglich ist, müssen wir es ja machen. Dann müssen wir halt umwandeln. Pranawarz, Pranawarz. Wir haben 269. Wir brauchen 296. Wir brauchen also noch 27 Bonbons. Wir haben 2731. Ich müsste eigentlich alle Bonbons umwandeln, die ich gerade habe, um da hinzukommen. Aber dann können wir euch das Feature mal zeigen. So. 25, 27. Habe ich mich verrechnet? Weiß ich nicht. Wir sind genau auf 296. Haben noch 31 Schalk-Bombons übrig. Gehen hier hin. Nein! Jetzt fehlen die noch. Ich habe die XL voll, aber ich brauche 134 normale Bonbons noch. Okay. Die können wir aber auch noch machen. Müssen jetzt normale Sonderbonbons nehmen. Und umwandeln. 134. Das macht man eigentlich nicht. Man wartet, bis man genügend hat. In der Wildnis mal gefangen. Schallquap ist auch ein Pokémon, was öfters mal so kommt. Bei irgendwelchen Wasserevents oder sonst was. Aber der Nick soll heute das Schlusslicht bilden. Und so ist er wenigstens auch hier dabei. Und so ziehen wir das jetzt einmal rüber. Puschen das Pranawatz auf 2899 in 100%. Und jetzt Level 50. Das müssten jetzt fünf Vorschläge von euch gewesen sein. Ein Vorschlag von mir. Ein Pokémon. Nochmal kurz gucken, wer der Rest war. Plankton. Grüße gehen raus hier. Auch an die Frau Wöllner, an Balou, an Instapol, Ellen Gramann, Laurin Zobler, Genaya, Gipsi Löwenherz. Wenn ihr jetzt nicht dran wart, nicht ärgern. Schreibt euren Vorschlag einfach nochmal drunter. Oder macht neue Vorschläge, die die dran waren. Und gucken wir mal, was wir nächste Woche haben. Ihr seht, es wird immer schwieriger. Weil die meisten sind dann schon gemaxed. Und dann eins zu finden, was noch nicht gemaxed ist, ist halt nicht so einfach. Deswegen in der allerersten Folge, die ersten fünf waren direkt Treffer. Und jetzt zieht es sich und zieht es sich. Und es wird immer spektakulärer. Bis wir anfangen, alles doppelt und dreifach zu maxen. Von den Familien auch die Vorstufen. Dieses Pranawatz, das sieht so aus, wie ich mich gerade fühle. Deswegen würde ich sagen, Wasser setzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und ich zeige euch nochmal die zwei Typen da hinten und die zwei Mädels daneben. Guck. Weil Hannes ist zwei und Genaya auch so. Tschüss. Warte, ich muss mir den Ausknopf so.